Durch einfache Abwehrschranken auf der Haut haben wir ein Abwehrmilieu und im Mund haben wir ein Abwehrmilieu. Und deshalb ist es, ob die jetzt das durchdringen und ob sie uns infizieren, das ist eine Frage der Dosis. Das heißt, wenn viele Viren auf dem Türdrücker sind oder wenn ich richtig angehustet werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch meine einfache Abwehr, Schleimhautbarriere, dass es dann durchkommt, in die Zellen geht und dann habe ich eine Infektion.